Jeder Katzenbesitzer wird mir zustimmen können. Katzen sind sehr liebevoll. Sie spüren, wenn es uns nicht gut geht und sie sind für uns da. Sie kuscheln mit uns, wenn wir krank sind, suchen unsere Nähe und weichen uns nicht von der Seite, wenn wir traurig sind. Manche Freigänger bringen ihren Besitzern sogar Beute von draußen mit und das Schönste, sie schmusen und schnurren dabei. Denn wusstest du, dass Katzen durch Schnurren, Schmerzen und sogar Knochenbrüche lindern können? Und wenn deine Katze sich zu dir legt und in deiner Nähe schnurrt, wenn du traurig bist, versucht sie dich zu heilen. Sie versucht dir etwas Gutes zu tun. Und auch bei diesem Punkt stimmen mir wahrscheinlich alle Katzenbesitzer zu. Wir würden wahrscheinlich fast alles tun, damit es unseren Tigern gut geht. Egal ob Futter oder Schmuseeinheiten. Trotzdem gibt es einige Dinge, die zu kurz kommen im Katzenalltag. Und diese solltest du häufiger tun, damit deine Katze dich noch mehr liebt. Denn diese elf Punkte kommen super an bei jeder Katze. Spielen, spielen, spielen. Aber vor allem neue Abenteuerspielplätze schaffen. Im Allgemeinen mögen Katzen keine Veränderung in der Wohnung. Sollte bei dir also ein Makeover in deiner Wohnung stattfinden, mach dies vielleicht in kleinen Schritten, damit deine Katze sich daran gewöhnen kann. Anders ist das bei Abenteuerspielplätzen. Davon können Katzen nicht genug bekommen und sind oftmals schon beim Aufbau des neuen Kratzbaums direkt dabei. Sie spielen mit den einzelnen Teilen, klettern in den Karton oder sitzen schon bevor alles fertig ist drauf. Kombiniere verschiedene Spielmöglichkeiten. Katzen sind sehr neugierige Tiere. Und wahrscheinlich wird auch dir aufgefallen sein, dass deine Katze eine Lieblingsspielangel hat, einen Lieblingsspielball oder einen Lieblingskratzbaum. Wenn du deine Katze so richtig glücklich machen möchtest, kombiniere doch verschiedene Sachen miteinander. Zum Beispiel, du kannst mit der Lieblingsspielangel auf dem Lieblingskratzbaum spielen. Oder die beste Spielangel mit einem Spielteppich oder einem Stück Stoff kombinieren. Werde hier kreativ und versuche an verschiedenen Orten zu spielen mit verschiedenen Materialien, sodass deine Katze sich verstecken kann, jagen kann und vielleicht auch andere Sinne einschalten kann. Und wenn du ganz mutig bist, wie wär's mal, wenn ihr im Dunkeln spielt? Schalte doch einfach mal das Licht aus oder dimme es ein bisschen. Vorsichtig, tritt nicht auf deine Katze drauf oder verletze sie, weil du nichts siehst. Denn Katzen können deutlich besser in der Dunkelheit sehen als wir Menschen. Wege die Neugierde deiner Katze an. Katzen haben in freier Wildbahn immer wieder neue Eindrücke. Immer wieder neue Orte, die sie entdecken können oder neue Abenteuer, die sie erleben können. Da haben es reine Wohnungskatzen deutlich gemütlicher. Aber auch sie müssen es nicht langweilig haben. Sorge für verschiedene Beschäftigungen, vor allem wenn du nicht zu Hause bist. Da kannst du Fummelbretter einsetzen, DIYs bauen oder etwas von draußen mitbringen. Deine Katze kann da auf der Fensterbank sitzen und das Geschehen draußen beobachten. Somit wirst du das Herz deiner Katze noch mehr erobern. Womit du deine Katze auch glücklich machen kannst, ist mit noch mehr Abwechslung. Denn auch wie wir Menschen können Katzen sich schnell mit Sachen langweilen. Sorge also hin und wieder für neue Spielsachen. Du kannst auch zwischen den verschiedenen Spielangeln, Spielbällen oder anderen Möglichkeiten variieren. So wird es garantiert nicht langweilig. Katzen suchen sich ihren Menschen aus. Aber es gibt den einen oder anderen Tipp, wie du zu der Lieblingsperson deiner Katze werden kannst. Wie zum Beispiel mit Leckerlis. Unsere Liebsten habe ich dir in der Infobox unter dem Video verlinkt. Was Katzen aber besonders lieben und du damit zum absoluten Lieblingsmensch wirst, Fisch. Biete deiner Katze doch als besonderen Leckerli einen Teelöffel Thunfisch an. Achte hier bitte Thunfisch in eigenem Saft und nicht in Sonnenblumenöl oder anders. Wenn deine Katze das aber nicht möchte, bedeutet das nicht, dass sie dich nicht liebt. Dann kannst du deine Katze zum Beispiel streicheln, wie unter dem Kinn. Das ist die Stelle, die extrem sensibel ist und vor allem streichelempfänglich. Das ist super bei streichelfaulen Katzen oder besonders schüchternen Stubentigern. Ähnlich ist es auch mit dem Bereich zwischen den Augen und den Ohren. Probier es mal aus. Und wo ist die Stelle, an der deine Katze am liebsten gestreichelt wird? Teile es doch gerne mit uns in den Kommentaren. Ein schöner Platz am Fenster. Gerade reine Wohnungskatzen haben nicht so viel Abwechslung in der Wohnung. Der spannendste Ort ist da wohl die Fensterbank, denn draußen passiert so viel. Vögelchen, die vorbeifliegen, der Straßenlärm, all die verschiedenen Jahreszeiten, die die Katze beobachten kann. Mach deiner Katze deswegen einen schönen, gemütlichen Platz am Fenster. Mit einer Katzenhängematte oder einer Fensterbankliege. Du kannst natürlich auch den Kratzbaum in die Nähe schieben, sodass deine Katze von ihrem Bettchen weit oben auf dem Kratzbaum rausgucken kann. Ganz gemütlich und ganz spannend. Lass deine Katze in deinem Bett schlafen. Ich weiß, ich weiß, hier scheiden sich die Geister. Es gibt die einen, die die Schlafzimmertür partout zuhalten und die anderen, die ihr Bettchen gerne teilen. Ein wichtiger Tipp vorab, wenn du nicht möchtest, dass deine Katze bei dir im Zimmer schläft, lass die Tür von Anfang an zu. Da ich mein Bett von Anfang an aber mit meiner Katze geteilt habe, kann ich dir verraten, es ist wundervoll. Man hat zwar nicht mehr so viel Platz, aber dafür hat die Katze ihre eigene persönliche Heizung. Ähm, ich, die Katze? Ja, ja, die Katze hat dich als persönliche Heizung. Aber es stärkt definitiv eure Bindung. Denn die Katze fühlt sich bei dir in der Nähe sicher. Sie sieht sich als Teil der Familie und vor allem fühlt sie sich geborgen bei dir. Hand aufs Herz. Hast du schon mal mit deiner Katze gesprochen? Ja, ich weiß, die Katze versteht deine Sprache nicht. Trotzdem versteht sie dich. Durch die Art und Weise, wie du sprichst, deine Tonation. Bist du fröhlich oder traurig? Ich verspreche dir, deine Katze wird deutlich schneller deine Gefühlslage verstehen als der ein oder andere Mitmensch. Denn Katzen sind extrem feinfühlig. Und auch du merkst am Klang des Miauens deiner Katze, ob es ihr gut geht oder nicht. Außerdem wirkt die Stimme des Lieblingsmenschen auf die Katze beruhigend. So oder so, sprich doch einfach mal mehr mit deiner Katze. Du wirst sehen, sie wird dir zuhören und sie wird es lieben. Wie sieht es bei dir aus? Machst du all diese elf Dinge schon? Schreib mir doch sehr gerne in den Kommentaren, ob du mit deiner Katze sprichst und wo deine Katze am liebsten gestreichelt wird. Hinterlass doch sehr gerne einen Daumen nach oben und abonnier diesen Kanal, um keine weiteren Katzenvideos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.